Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Eigentlich wäre ja die Woche eine reguläre Ausgabe dran. Ich habe mir gedacht, ja gut, bevor wir Deppen uns wieder hinhocken und diese zwei Niederlagen analysieren, dann hole ich mir lieber einen Profi und deswegen danke Joe, dass du heute in der Ausgabe bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Aber wir wollen noch gar nicht so in dieses ganze Fußball-Business bzw. in das Jahren-Business einsteigen, sondern erstmal dich als Person kennenlernen. Alle wissen, du kommst aus den USA und bist jetzt der erste Gast, der diese Hütter hat. Wie kann man sich in den USA quasi vorstellen, wie man da zum Fußball überhaupt kommt? Weil das ist ja, jetzt ist es glaube ich ein bisschen beliebter, als du angefangen hast, aber das ist ja schon ungewöhnlich, dass man da als Profi-Sportler in den USA dann Fußball wählt. Ja genau, also ich habe mit vier Jahren angefangen Fußball zu spielen. Also tatsächlich, die haben andere Sportarten, also beziehungsweise American Football fängt man erst, sag ich mal, mit 12, 13, 14 an. Und Fußball, um halt die Kinder zu beschäftigen, war immer halt eine gute Gelegenheit für die Eltern, halt die Kindern erstmal kurz loszuwerden. Und ich bin immer beim Fußball geblieben und ich habe viele andere Sportarten gemacht, aber halt immer beim Fußball geblieben. Und es hilft immer, wenn man halt erfolgreiche Mannschaften spielt. Ich habe an der Highschool eine sehr erfolgreiche Mannschaft gehabt und mein Klub in San Francisco hat auch sehr erfolgreich gespielt. Wir waren halt einmal in Europa, einmal in Brasilien. Es war eine Auswahl von unserer Umgebung. Es war einfach eine erfolgreiche Zeit und deswegen ist man halt immer dabei. Und ich habe Europa damals als 15-Jähriger kennengelernt und ich habe gesehen, dass Fußball hier Priorität Nummer 1 ist, Sportart Nummer 1 ist. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich immer dabei geblieben. Und dann an der Uni, bin mit 17 ausgezogen an der Uni in Sacramento. Ich war nur zwei Stunden entfernt von zu Hause, aber da auch Fußball gespielt. Und immer mit der Hintergedanke, dass man irgendwann vielleicht versucht, in Europa halt Fußball zu spielen. Es war noch vor MLS, wenn man das erst ein paar Jahre später gekommen ist. Und mein Trainer an der Uni hat auch mal in Europa gespielt. Und deswegen war halt die Tür so ein klein bisschen offen für mich. Ich war 22, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und es ist eine spannende Zeit damals gewesen, in 1993, 1994. Und ja, also ich habe es hier lieben gelernt und immer dabei geblieben. Du hast gesagt, du warst dann als Jugendlicher schon in Europa. Warst du da auch in dem Stadion, damit du es miterlebt hast? Oder hast du es eher so von Kneipen oder so miterlebt? Na, also ich war mit der Fußballmannschaft hier. Wir haben halt vier große Turniere gespielt in Skandinavien. Das war halt in Dänemark und Finnland und Norwegen und Schweden. Wir haben vier Turniere gespielt, über halt sechs Wochen. Und das war einfach diese große Jugendturniere gewesen. Und da hat man halt einfach Blut geleckt. Und ja, gesehen Stand von den Mannschaften hier in Europa. Das war halt schon ein ganz anderer Standard damals. Hast du ein Stipendium bekommen durchs Fußball? Leider nicht. Meine Uni hat für Fußball damals halt keine Stipendien gehabt. Die haben halt erst in dem Jahr, wo ich halt weggegangen bin, halt angefangen, ja, das Fußball so zu unterstützen. Aber damals hat es halt mit den Kosten von den Uni alles in Grenzen gehalten. Deswegen musste ich halt mein Studium allein oder meine Eltern alleine finanzieren. Wie siehst du die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen? Bei uns fängt man ja eher in dem Fußballverein an und dann wird man vielleicht irgendwann mal vom DFB gescoutet, Stützpunkt und solche Geschichten. Und bei euch ist es ja eher so, also bist du entweder auf einer guten Schule oder du wechselst dann auf eine gute Schule, oder? Also so ist es ja dann. Es ist unterschiedlich von Sportart zu Sportart. American Football gibt es keinen anderen Weg, außer halt an der College zu spielen. Also an der Highschool, halt ein guter Highschool zu spielen. Basketball ist sehr ähnlich, wobei Basketballer halt etwas früher rausgehen von dem College. Deswegen von Sportart zu Sportart ist es unterschiedlich. Jetzt mittlerweile halt mit dem Clubsystem, mit dem MLS, entscheiden sich sehr viele junge Spieler halt nicht zur Uni zu gehen. Für mich war es optimal. Ich könnte halt Sport betreiben, meinen Lieblingssport betreiben und auch noch halt studieren und halt für den Kopf was mitnehmen. Deswegen war es halt für mich die optimale Situation, dass ich halt auf der Uni vier Jahre studieren könnte und auch noch nebenbei Fußball spielen könnte. In Wikipedia steht jetzt, deine erste Herdestation waren die San Francisco United. Genau. Wie lange hast du da gespielt? Also tatsächlich steht dann nicht, wann du eingetreten bist, sondern nur, wann du ausgetreten bist. Okay. Musst du mal aktualisieren lassen. Also das mag ich nicht, aber okay. Letztendlich, ich habe neben der Uni, im Sommer dürfen wir halt einen Club spielen. Und mein erstes Jahr in der Uni, ich war 17, gerade 18 geworden, haben die U19-Meisterschaften in den USA gehabt. Wir sind halt Zweiter geworden. Wir haben ein großes Turnier in Minnesota gewonnen. Ich glaube, das größte Jugendturnier in den Bundesstaaten damals. Und eine sehr erfolgreiche Mannschaft gespielt. Und deswegen bin ich immer dabei geblieben. Aber es war halt nur in der spielfreien Zeit vom College. Und dann durch College haben wir im Sommer halt in diesen Clubs gespielt. Und ich habe immer noch Kontakt zum Trainer. Also wir telefonieren sehr oft. Der hat mich halt schon mehrmals besucht in Deutschland. Der hat halt jetzt vor, demnächst nach Regensburg zu kommen. Also von daher habe ich bis, also die ganze Uni-Zeit, also von 1989 zu 1993 in dem Club gespielt. Und davor habe ich halt in der Jugend gespielt. Und da waren wir in Europa mit der Mannschaft. Wir waren in Brasilien mit der Mannschaft. Und deswegen war es halt schon seit, sagen wir mal 86, es waren halt sechs, sieben Jahre. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ich bin zum Kaulbach-Weg geradelt und habe gemerkt, mein Fitnesslevel ist wirklich sehr ausbaufähig. Ich bin halb gestorben bei dem Berg. Wem es genauso geht und wer da dann was ändern will und nicht so faul ist wie ich, der kann sich beim Rebest Fitness Club anmelden. Und mit dem Codewort 1889FM bei der Anmeldung gibt es auch einige Goodies obendrauf. Zum Beispiel ein Jahrndrückgo mit Wunschvlog. Oder wenn ihr schon bestens versorgt seid, könnt ihr auch zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel nehmen. Und es gibt den vergünstigten 1889FM-Tarif. Oder ihr lasst euch halt beraten, was der beste Tarif für eure Situation ist. Einfach per WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon beim Rebest Fitness Club melden. Alle Infos dazu in den Shownotes oder auf 1889FM. Ja, und nicht vergessen, den Podcast zu erwähnen, damit es auch zugeordnet wird zu mir und ihr die Bonis bekommt. Win-Win für alle. Also, weiter geht's in der Folge. Dann bist du zum FC St. Pauli gekommen. Laut Wikipedia, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wie ist das zustande gekommen? Also, du hast ja gesagt, du hast wahrscheinlich Verknüpfungen nach Deutschland gehabt. Aber ich meine, das ist ja ungewöhnlich. Damals hat ja vielleicht auch nicht so die Scouting stattgefunden. Gar nicht, gar nicht. Also, ich habe auf gut Glück. Ich habe einen Studienkollegen, der halt schon zwei Jahre vorher in Deutschland war, bin zu ihm gezogen nach Heusdorf, hieß es, in der Nähe von Hamburg. Der hat in Heusdorf in der 3. Liga gespielt. Damals gab es zehn 3. Ligen. Oder damals war es Regionalliga, war die 3. Liga. Ja, Regionalliga war mal eine Zeit lang 2. Liga sogar. Ja, genau. Aber das war die Zeit, also 94. Und ich habe da teilweise mit Heusdorf trainiert. Die haben mal eine richtig gute Mannschaft gehabt. Und da war die Liga halt einfach zu dem Zeitpunkt einfach, ja, über mein Niveau. Und dann bin ich halt der Jürgen Wehling. Der war halt Trainer der 2. Mannschaft in St. Pauli. Und der war Manager für die 1. Mannschaft. Und da war Kontakt zwischen halt meinem ehemaligen Mitspieler und Jürgen. Und dann durfte ich da zum Probetraining. Aber mit dem Lizenz, also mit meinem Spielerpass, hat es halt lange gedauert. Und deswegen war ich, glaube ich, mein erstes Spiel. Erst in 94. Ich habe da drei Monate mittrainiert. Und dann mein erstes Spiel war halt entweder kurz vor der Winterpause oder kurz nach der Winterpause. Schöne Zeit. Also Hamburg, ich liebe die Stadt Hamburg. Es ist eine sehr große Stadt. Ich komme aus einer kleinen Stadt. Und deswegen war es für mich eine, ja, haben die Augen geöffnet und eine sehr schöne Zeit da gehabt. Es waren in Anführungsstrichen nur 34 Spiele, aber ein Tor. Und dann bist du nach Osnabrück und bist da sehr lange geblieben. Von der Großstadt zur Mittelstadt. Osnabrück ist ein bisschen größer als Regensburg, oder? Das kann sein, ja. Von der Einwohnerzahl. Also ich war zweieinhalb Jahre bei Pauli. Und ich habe da pro Saison wahrscheinlich, also ich habe da schon ziemlich viel gespielt. Und dann bin ich halt mit St. Pauli aufgestiegen in der Drehliga, habe ich ein Jahr Drehliga gespielt und auch gegen Osnabrück. Und ich hatte halt ein Probetrainer in Norwegen gehabt bei Staberg-IF. Das ist halt wirklich super gelaufen. Aber damals war halt keiner, auch wenn man halt keinen Vertrag hatte, hat man immer noch Ablöse zahlen müssen. Das war vor dieser Zeit. Vor diesem Postman-Orteil. Kein Handgeld. Also das gab es zu. Auf gar keinen Fall. Und deswegen nach Norwegen zu wechseln, war es halt, die Mannschaft war nicht bereit, für mich halt so viel Geld zu bezahlen, weil es halt festgeschrieben war, wie viel Ablöse man gekostet hätte. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass, ich habe gesehen, St. Pauli, die erste Liga, das war halt, obwohl ich da mittrainiert hatte, das war halt schon, ich hatte halt wenig Chancen zu spielen. Deswegen habe ich mich entschieden, damals nach Osnabrück zu wechseln. Es war eine gute Entscheidung. Ich hatte also da nie einen Berater gehabt und für mich hat es sehr viel Sinn gemacht und dort sehr lange geblieben. War schön. Bist du da jetzt eine Art Vereinslegende oder erkennt man dich, wenn du nach Osnabrück kommst oder in die Stadt? Ja, also das ist halt schon, ja, man erkennt mich, ja. Immer noch, obwohl ich keine Haare mehr habe, also immer noch. Es ist schön, auch mal zu, das war eine Zeit lang, nachdem ich entlassen worden bin als Trainer, eine Zeit lang, Schwer für mich halt zurück in die Stadt zu gehen. War 22 Jahre im Verein und es war eine schöne Zeit. Ich habe sehr viel mehr schöne Zeiten gehabt als negative Zeiten, aber trotzdem war es halt immer noch schwer für mich halt, kurz nach der Entlassung halt wieder nach Osnabrück zu kommen und dann mittlerweile, also ein paar Jahre danach, war es halt wirklich, ich genieße es halt, dort zu sein. Ich habe viele Freunde da, viele ehemalige Mitspieler, die halt da sesshaft gewonnen sind und ja, ich genieße die Zeit, wenn ich halt da bin, aber ich bin auch gerne hier in Regensburg. Richtige Antwort. Ja, also passt ja auch so ein bisschen zu unserer Vereinsmentalität, eben diese Treue, aber hat es sich einfach so ergeben oder bist du einfach dieser Mensch, der sagt, wenn es gut läuft, warum sollte ich irgendwo hingehen? Also das ist vielleicht eine meiner Stärken, dass ich halt schätze, was ich habe. Darf man nicht vergessen, ich war fünf Jahre in Zwickau, das ist ja auch Außergewöhnlichheit in der Drittliga bei so einem Verein, die halt jedes Jahr gegen Abschied spielt, so lange zu bleiben und ich schätze, was ich habe und wie gesagt, ich finde es seine Stärke. Wir Trainer beschweren uns immer teilweise über Spieler, die halt immer hin und her wechseln und immer das Nächste und diese Entwicklung nicht mitmachen und ich wollte halt als positives Beispiel und solange der Verein mich haben will, dann bin ich auch gerne da. Ja, ich finde deine ganze Mentalität ähnelt ja eher einem Europäer als einem Ami, würde ich behaupten. Würdest du da mitgehen oder gibt es, siehst du da so kulturelle Unterschiede, wo du sagst, nee, in der Beziehung bin ich eigentlich noch Vollblut Amerikaner? Nein, also das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin sehr deutsch geworden, sehr pünktlich, sehr ordentlich. Es kommt von meiner Frau. Ähm, ich habe trotzdem noch ein paar Sachen, wo ich sage, es kann Wie groß ist dein Auto? Na, da bin ich sehr, sehr, sehr deutsch, europäisch, also mit erneuerbaren Energien. Wenn ich halt nach Kalifornien fliege und da ist halt, scheint die Sonne halt 365 Tage im Jahr, dann, äh, und da keine halt Solarenergie nutzt, also finde ich, ja, aber ich bin da sehr europäisch geworden, ähm, und bin sehr dankbar, dass ich halt hier, ähm, alles verfahren dürfte und, ähm, ja, diese andere Sichtweise sehe und, ähm, trotzdem bin ich halt immer noch sehr amerikaner teilweise bei, bei manchen Sachen. Ja, wie schaut dein Grillabend aus dann? wie groß ist der Grill dann? Ich habe einen Gasgrill natürlich, ähm, äh, und, äh, grill ganz gerne, ähm, und, äh, ja, also letztendlich, ähm, in Zwickau habe ich wirklich, ähm, das ganze Trainerteam immer und, und so Team um Team halt eingeladen. Ich habe es noch nicht hier geschafft, aber es kommt noch, ähm, wo wir halt Burger gemacht haben und ich, meine Frau macht wirklich eine überragende Soße mit, mit Mango und da haben wir ein Rezept aus den USA. Also von daher, ähm, das steht noch an, also wenn wir einen Grillabend machen mit dem, mit dem Trainerteam, dann ist es, dann fällt groß aus, ja. Ja, da bin ich gespannt, was dann die Spieler zu sagen. Ähm, noch kurz, was vermisst du dann am meisten an der Heimat? Deine Familie. Deine Familie, aber sonst von der Mentalität her geht es so. Also doch, also auch diese, man sagt ja Amerikaner sind immer große Kinder mehr. Also, ja, also, so sehe ich mich auch. Wenn ich, wenn ich, also ich werde eingeladen zum, äh, zum Kick mit der, äh, mit der Gesellschaft, äh, mit der Geschäftshalle und da traue ich mich nicht ganz, weil ich immer noch sehr ehrgeizig bin und, na, und gewinnen will und so, ähm, aber auch hier, wenn, wenn ich mit den Jungs halt Ball hochreiten, da bin ich immer noch ein großes Kind, äh, sieht man in meiner Familie auch. Ähm, ich vermisse meine Familie, ähm, definitiv. Ähm, ich vermisse so manche Sachen, wo man halt einfach diese Mentalität hat, scheißegal, wir machen das, ähm, diese, diese, äh, unüberlegte, ähm, und, äh, aber so, also bin ich halt hier sehr, sehr zufrieden mit, mit dem, was ich habe. Du hast ja gesagt, äh, Osnabrück, Zwickau war es zu lange und dann eben jetzt, äh, Regensburg und, äh, ich habe mir gedacht, keine Ahnung, also jemand mit, mit so einer Vita, warum noch nicht zweite Liga, also da sind ja schon unfähigere Trainer bis jetzt in der zweiten Liga gelandet. Ich danke dir. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Weil du keinen Berater hast vielleicht? Nein, also jetzt, jetzt arbeite ich halt schon mit jemandem, ich hatte, also echt, also jetzt habe ich jemanden kennengenannt, den ich halt, äh, tausend zu tausend Prozent vertraue und, äh, und jetzt mittlerweile mit dem, mit den Verträgen, was ich damals als Spieler gehabt hatte, hat man keinen Berater gebraucht, ähm, und, und auch, ähm, und deswegen habe ich halt das alles, äh, alleine gemacht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Berater hatte, es hat damit zu tun, dass man halt einfach, ja, in Osnabrück war, habe ich das Gefühl gehabt, okay, das Osnabrück hatte, ist 22 Jahre da und, na, und, ähm, der wird immer da bleiben und, und so. Ähm, ich traue mir halt zwei Liga zu, definitiv, ähm, ähm, aber ich weiß, was ich habe, also auch die Zeit in Zwickau, das war eine überragende Zeit für mich zu lernen, natürlich will man immer mehr, will man immer halt vielleicht mehr Möglichkeiten, genauso wie wir es hier in, in, in Regensburg haben, das funktioniert, äh, da bin ich fest davon überzeugt und, ähm, ja, also, ähm, ich bleibe dabei, einfach bodenstrengend zu sein, demütig zu sein, dankbar zu sein für das, was wir haben, ähm, und, ähm, immer halt aber ambitioniert, immer halt schauen, was, ähm, was wir mit diesem Mannschaft, was wir mit diesem Verein erreichen können und ich bin mir hundertprozent sicher, dass wir halt hier viel erreichen können. Als ich mich, äh, über dich informiert habe am Anfang, ähm, und die Meinungen gelesen habe, hat jeder gesagt, der kann nur Abstiegskampf und jetzt sind wir auf Platz 1 immer noch mit ein paar Punkten Vorsprung. Ist diese Meinung an dich irgendwie herangekommen oder wie, wie fühlst du dich dabei, wenn, wenn jemand das sagt, ja, der, 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 der Enox, der kann ja nur, äh, Abstiegskampf, warum holt ihr den? Ja, also ich glaube, das muss man halt, äh, äh, ich glaube, dass man, ähm, ähm, in Regensburg andere Ambitionen hat als in Zwickau. In Zwickau habe ich halt den Job angenommen und ich wusste halt, äh, worauf ich mich einlasse und, ähm, in Osterbrück habe ich halt in der Trilliga oben mitgespielt. Also wir waren halt Fünfter, das erste Jahr, das sechste oder zweite Jahr. Und dass wir halt, ähm, leider nicht aufgestiegen sind, aber wir haben bis zum Schluss oben mitgespielt. Wir haben halt, glaube ich, bis zum vorletzten Spieltag, ähm, haben die Chance gehabt, auf dem Platz 3 zu springen in beide, in beiden Jahren. Und deswegen ist es extrem bitter, dass wir es nicht geschafft haben damals, ähm, in Osterbrück. Und dann habe ich mich auf eine Arbeit eingelassen in, in Zwickau, womit ich mich voll identifizieren kann. Ähm, und, ähm, was anderen von außerhalb sagen über mich, das können sie halt nicht beurteilen, wie ich halt mit der Mannschaft arbeite. Ähm, und deswegen, ich glaube, auch eine Stärke von mir ist halt, das anzunehmen, was halt in den jeweiligen Vereinen, ich habe bis jetzt mein dritter Verein, ähm, 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 das Internet ist manchmal unfair in seiner Bewertung. Ja, äh, ich finde das eine coole, coole Geschichte, ich habe, ich weiß nicht, wie viele, ähm, Spiele in der Liga als Trainer mit, mit drei Vereinen. Das ist schon für mich cool, dass ich halt so lange in einem Verein oder in drei Vereinen bleiben dürfte. Das ist halt, ähm, für mich eine Auszeichnung, äh, Auszeichnung, dass ich halt, ähm, fünf Jahre dort bleiben könnte, zweieinhalb Jahre da, und hoffentlich sehr, sehr lange hier in Regensburg bleiben kann. Ähm, und ich will immer an mich arbeiten, ich will halt den Leuten, die sagen, der kann nur Abschießkampf, ähm, was anders beweisen. Da habe ich kein Problem mit. Du hast gesagt, ja, du bist dann zum SSV gewechselt, und du hast dann, also, du nimmst immer das an, was du bekommst, aber was hast du dir dann gedacht, nach dem ersten 5-0-Klatsche gegen HSV, hast du dann vielleicht gedacht, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? War es 5-0? 5-1, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe nur zwei der Halbzeit, da haben wir halt, glaube ich, 1-1 gespielt. Ja, da willst du jetzt nicht schön reden, das war eine schwere Zeit. Ich war sehr realistisch, als ich die Aufgabe, die ich übernommen habe. Natürlich habe ich, ähm, das Abschusstraining, ähm, geleitet, als wir, ähm, gesehen haben, dass, äh, wer hat gewonnen, in, äh, Bielefeld in Kaiserslautern gewonnen hat, in der letzten Minute, da waren wir halt vor dem ersten Spiel, was ich halt übernommen hatte, gegen HSV, ähm, fünf Punkte dahinter mit einem schlechteren Trophäen, das ist eine Mahmelsaufgabe gewesen, ähm, und ich war sehr realistisch, wusste auch, dass, ähm, das HSV, halt schon andere Ambitionen hat, dass es halt ein verdammt schweres Spiel sein wird. Ähm, ich mache keine Ausreden, ähm, sondern wir haben halt eine Klatsche gekriegt, gerade die ersten 30 Minuten haben wir halt, war wild. Ähm, so wie wir uns stabilisiert haben in der zweiten Halbzeit, das gab mir halt schon, ich sage nicht Hoffnung, sondern es gab mir die Zuversicht, dass wir halt das hinbekommen werden, gute Spiele abzuliefern. Ob wir das schaffen, das ist eine andere Geschichte. Ich bin sehr stolz auf den, äh, Auswärtssieg in Braunschweig. Ähm, das war halt eine überragende Mannschaftsleistung. Das Spiel zu Hause gegen Heidenheim, boah, so ein Spiel, dass man halt das, äh, miterleben dürfte. Leider halt negativ für uns, nach einer 2-0-Führung, dass wir halt zwölf Minuten Nachspielzeit, dass die da... Die waren mir frech, halt. Dankeschön, Dankeschön. Aber, ähm, für Frank Schmidt und Heidenheim freue ich mich, dass die halt auch eine gute Rolle da oben spielen in der ersten Liga, aber halt, letztendlich, halt, das gab mir halt einfach Zuversicht. Ähm, nicht nur meine Person, sondern halt die Mannschaft und den Verein, dass wir halt, ähm, in Zukunft gute Arbeit leisten werden. Gibt nicht wenige, die meinen, wenn du es ein, zwei Spiel, äh, ein, zwei Spieltage vorher übernommen hättest, dass es vielleicht ganz anders ausgesehen hätte, aber kann man natürlich nicht beeinflussen. Ähm, dann wäre es ja interessant zu wissen, weil du bist ja da schon in, ja, für, also, schon eine Art turbulentes Umfeld geraten, obwohl es sich ja dann stabilisiert hat mit Bayer-Lorzer und so, also kann man ja nicht glücklicher sein, wie es gelaufen ist, aber hat sich das irgendwie auch auf die Kaderzusammenstellung, ähm, ist die anders verlaufen als bei deinen vorherigen Stationen, weil du hast ja einige Sonderschichten einlegen müssen. Ist das immer so? Also, die Zeit, ähm, ist immer so stressig, wenn so viele Verträge auslaufen. Wir haben, ich habe das in Osnabrück anders erlebt, wo wir eine Mannschaft übernommen haben und da waren halt keine 19 Verträge, die ausgelaufen sind. Schwickau waren halt zwei große Umbrüche, was wir, äh, Brüche, was wir gehabt haben, wo wir halt mehrere Spieler, aber keine 19, also sieben, acht neue Spieler holen müssten. Ähm, ich glaube, das Meisten haben wir geholt, glaube ich, neun Stück. Also, es war, ähm, keine Riesenumbruch wie diese. Ähm, natürlich die, äh, Zeit, ähm, mit Tobi und dann halt Kamarum war halt sehr turbulent. Ich wusste nicht ganz genau, wie es halt weiterlaufen sollte. Ähm, und deswegen wusste ich halt, dass wir einen, einen Sommer, ähm, haben werden, die halt sehr arbeitsintensiv, ähm, war. Wir waren halt sechs Tage weg mit meiner Familie, ähm, aber sonst waren wir halt die restliche, restliche Zeit hier in, in Regensburg und haben wir halt einfach sehr viele Telefonate geführt, sehr viele Gespräche hier vor Ort geführt, sehr viele Spieler halt gesprochen, sehr viele Spieleberater. Es war sehr intensiv und dann kommt man zusammen am ersten Trainingstag und okay, ähm, Großteil der Mannschaft war schon zusammengestellt, ähm, trotzdem kamen noch ein paar, ein paar Baustellen dazu, ähm, aber halt die Zeit war sehr intensiv und, äh, ja, nicht, nicht normal. Bist du da auch so ein bisschen eher fußball-nerdig unterwegs? Also macht dir das Spaß, auch im Gedanken eine Mannschaft zusammenzustellen, was deine Lieblingsspieler sind oder bist du dann lieber der, der sagt? Hundertprozentig. Also ich versuche, also wir haben eine Vereinsphilosophie und die Vereinsphilosophie, äh, fast in allen Punkten deckt sich überein mit meinen Philosophie, hochattackieren, anlaufen, Vieh laufen, Vieh sprinten, also, ähm, und, ähm, Spieler zu finden, die in diesem System, das, das finde ich richtig cool. Natürlich ist es halt in erster Linie halt der Job von Arjen Beierlorz und von, ähm, von Ilja Cepina, der halt wirklich sehr fleißig unterwegs ist, ähm, aber halt meine Erfahrung aus der dritten Liga war halt, glaube ich, eine super Kombination, eine super Mischung, ähm, in der Konstellation, dass wir halt über viele Spieler sprechen können. Weil es gibt Statistiken. Der Spieler hat zwölf Tore letzte Saison, vierzehn Tore davor und fünfzehn Tore, der muss zu uns passen, weil er so viele Tore geschossen hat. Das weiß ich nicht. Also, so wie ich es halt gesehen habe, so wie ich, ähm, Spieler selber erlebt habe, ähm, würde es halt vielleicht nicht so passen. Natürlich, die Tore passen immer gut zu uns, aber, halt wie wir anlaufen. Und deswegen, ähm, ja, bin ein bisschen nerdisch unterwegs und, ähm, natürlich, die dritte Liga und zweite Liga kenne ich mich halt sehr gut aus und, ähm, deswegen war es halt, ich war sehr dankbar, dass ich halt, ähm, sehr involviert war. Hast du bei irgendeinem Spieler, also, du musst nicht Namen nennen, aber gab es die Situation, dass du irgendwo gesagt hast, nee, lieber den nicht, sondern den, bei solchen Besprechungen? Ja. Genau so wie Aachen und Ilja. Also, es war halt, dass wir alle drei Ja sagen müssten. Mhm. Ähm, und es gab halt schon Spieler, wo die vorgeschlagen worden sind von den Beratern, die auf uns zugetragen worden sind und wir haben darüber diskutiert und ich habe nur aus meiner Erfahrung halt gesprochen. Ähm, natürlich haben wir halt sehr viel diskutiert ähm, und sehr viel halt über Spiele gesprochen, ähm, was halt wirklich zu uns passt, auf welche Position, in welchem System und, ähm, ja, da war halt nicht nur von mir mal im Veto, auch von Aachen und auch von Ilja, also, definitiv. Das war ja eine außergewöhnliche Situation, hast du selber gesagt, ich glaube, äh, 16 Neuzugänge oder mehr. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr, unser Ernährungscoach hat da ein bisschen Einblicke gegeben und hat gemeint, das war ja so, dass die meisten Spieler alle in einem Hotel gewohnt haben, am Anfang war ja Regensburg-Wohnung ein bisschen schwer ist. Hat sich das eigentlich bewährt? Vielleicht könnte man das einfach zu, nächst, also, ihr müsst ja alle ins Hotel ziehen. Ja, genau, ihr müsst eine Woche, eine Woche müsst ihr alle ins Hotel ziehen, damit ihr euch kennenlernt, weil ich meine, das, revolutionäre Sachen im Fußball oder überhaupt, passieren ja immer nur durch Zufälle und ich meine, das hat ja offensichtlich fantastisch geklappt, weil die, äh, Mannschaft sofort eine Einheit am Platz war. Ja, die waren teilweise im Sommer halt, äh, 18 Leute essen zusammen, also, das ist außergewöhnlich. Ich finde diese Mannschaftsgeschlossenheit, das beweist die Mannschaft immer wieder, immer mal wieder, also, äh, wenn die Mannschaftsabende haben, die halt hier Superbowl geguckt haben, das ist halt schon, man sieht, dass es halt die, die gerne zusammen sind und das, ähm, hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, die Anfänge, dass die alle im Hotel waren und noch keine, äh, Wohnung gefunden haben, aber ich glaube, dass, dass die Jungs an sich Mannschaftsspieler sind, ähm, dass, dass die halt in einer Mannschaft funktionieren. Ähm, es gibt auch Zufälle, auch ein Zufall, nicht, es ist kein Zufall, aber halt, ähm, Trainingslagen Bad Göging, wo wir halt zusammengewachsen sind, also, wir haben halt viele Situationen erlebt, ähm, und dann halt über die Saison hinaus, ähm, einfach viele, viel zusammen gewesen zu sein, viel gerne zusammen gewesen zu sein, ähm, aber von daher, ähm, es passt. Ja, ich erinnere mich da eben an, äh, an Bild von dem Duldabend, wo ich mir gedacht habe, okay, da stehen Leute, die diese Musik normalerweise nicht hören. Ich, ich weiß noch, wie halt Conny, halt den, den Baum hochgeklettert ist und ein Bell geklingelt hatte und, und Hotter hat es nicht ganz geschafft, also solche Abende, ich habe, selten so gelacht. Bist du auch hochgeklettert? Nein, aber ich bin aber locker hochgekommen. Gibt's, ich weiß es nicht an welchem Abend, aber dann gibt's Freibier, also, kriegst du eine Masse sonst, ja. Oh, da war es kein Freibier. Ja. Ja. Ja, das ist glaube ich nicht immer, aber an dem speziellen Abend, ich komm nicht hoch. Ich, ich wahrscheinlich auch nicht, ja. Ähm, gut, ähm, dann eher jetzt langsam zur aktuellen Situation, was ein bisschen erstaunlich ist und wir haben gehofft, du stellst es ab, dass der Jan ein bisschen immer holprig aus der Rückrunde kommt, also in der Tendenz ist es jetzt schon, seitdem ich zehn Jahre kommentiere, würde ich sagen, sind wir vielleicht zweimal gut aus der, äh, aus der Winterpause gekommen und die letzten, und achtmal davon hat's eher nicht so geil funktioniert, wie zuvor. Liegt's vielleicht aber auch am Spielplan, weil in der Hinrunde sind wir ja, ähm, nach Sandhausen erst so richtig durchgestartet. Ja, also, jedes Spiel ist eng, auch in dieser Phase, wo nach Sandhausen, wo wir halt wirklich zehnmal hintereinander gewonnen haben, waren halt viele enge Spiele dabei, wo wir halt das Matchglück gehabt haben und wir haben immer von uns aus gesagt, Aachen, ich, auch Andi und Ciauni haben immer gesagt, pass mal auf, lass uns halt, äh, einfach realistisch sein. Also ein paar von den Siegen waren halt etwas glücklich, ähm, der Sieg in, in Dresden, in den letzten Minuten halt ein Kopfballtor durch, äh, Flotten hast du reingewechselt, Das stimmt, das stimmt. Ne, also, ähm, die Jungs haben es halt wirklich gut gemacht, wir haben gut verteidigt und deswegen waren wir halt sehr realistisch. Natürlich haben wir alle Punkte mitgenommen, die wir halt, holen könnten. Und jetzt ist die Situation so, dass wir halt genauso wie Punkte, ähm, in den ersten sieben Spielen, äh, geholt haben, in der Rückrunde, wie wir in der Hinrunde geholt haben. Und jetzt liegt es an uns, halt genauso wie Punkte, zu holen in den restlichen Spielen der, der Rückrunde. Zehn Spiele nochmal hintereinander zu gewinnen, wird schwer, muss ich sagen. Ähm, äh, Der kommt aber im Laufe der Saison immer so solche Sachen zusammen und ich will nicht über letzte Saison reden oder vorletzte Saison, ähm, äh, oder die Jahre davor. Ich will nur über jetzt, ähm, reden. Und wir haben halt jetzt in den sieben Spielen nur zehn Punkte, was heißt nur zehn Punkte, geholt, ähm, wir haben natürlich uns mehr gewünscht und mehr, ähm, ähm, gewollt. Aber halt, da bin ich zuversichtlich, so wie die Mannschaft sich halt immer jeden Tag im Training präsentiert, dass wir halt, ähm, einen guten Weg einschlagen werden. Wenn mir irgendjemand vor der Saison gesagt hätte, ihr steht da, habt zwei, zweimal hintereinander, verloren, ähm, und einmal halt hoch verloren, und wir sind immer noch Tabellenerster, mit drei Punkten vorm zweiten und fünf Punkte vorm dritten und zehn Punkte vorm vierten, dann hätte ich es sofort unterschrieben. Natürlich ist die Phase aber halt gefährlich für uns, ähm, braucht man halt nicht, nicht ausblenden. Natürlich, nach dem 6-3 in Sandhausen oder 3-6 in Sandhausen, ähm, dann überlege ich, okay, haben wir alles richtig gemacht. Es hat nichts damit zu tun, was letztes Jahr war, sondern es hat nur damit zu tun, was jetzt ist. Und diese, diese Situation analysieren wir jeden Tag, das besprechen wir mit der Mannschaft und versuchen unsere Fehler abzustellen und versuchen die Sachen, die wir auch gut gemacht haben, besser zu machen. Und, äh, das ist unsere Devise. Wir schauen nicht in die Vergangenheit, sondern blicken nach vorne. Wir Hobby-Experten, äh, versuchen ja dann immer so Sachen rauszufinden, die vielleicht in anderen Vereinen anderen laufen. und der Jan hat ja auch immer in der 2. Liga, wo wir es uns leisten hätten können, auch den exklusiven Weg gewählt, kein Trainingslager. Das hast du im Fangespräch ja selber schon gesagt, die Trainingsbedingungen hier waren super, aber, ja, vielleicht so ein Trainingslager in Italien wäre vielleicht besser gewesen als am Karlbach-Weg. Das Wetter wäre wahrscheinlich besser gewesen. Wir wägen es ab, so eine kurze, kurze Winterpause, so wie es halt war, und dann so eine kurze Vorbereitungszeit auf das erste Spiel finde ich es halt nicht, ähm, sinnvoll, halt wegzufliegen, äh, weil man verliert man halt 2-3 Tage, indem man halt hinfliegen muss, also diese, diese Reisetage. Das sind andere Vereine, die weggefahren sind, die halt vielleicht in den ersten Spielen halt erfolgreich waren, aber es sind viele andere, die halt weggefahren sind, die halt nicht so erfolgreich sind. Also von daher, ich war sehr zufrieden mit dem, was wir hier, ähm, ähm, vor Ort, ähm, vorgefunden haben. Wir haben halt wirklich 2 richtig gute Testspiele gefunden, wir haben halt hier gegen Undarin halt ein super Testspiel auf unser, auf unser Rasen hier gemacht, und deswegen, wir sind halt mit der Vorbereitung, mit kurzer Vorbereitung halt sehr zufrieden gewesen. Ich glaube, dass wir das erste Spiel, also, erste Rückrundenspiel war eigentlich Undarin vor der Winterpause, nach der, äh, Winterpause war halt mit das schwerste Spiel gegen Fährl zu Hause, wo halt alle gesagt haben, ja, ihr habt es hinspiel, hinspiel, hat man gesehen, das ist halt etwas glücklich gewesen, aber, ähm, ja, also ein enges Spiel, also ein verdammt enges Spiel, ähm, beide Mannschaften können das Spiel gewinnen, für sich entscheiden, und dann fahren wir nach Dortmund, also fangen wir mit eine englische Woche an, und dann in Dortmund, man sieht halt, was die für die Ergebnisse holen, und wie, wie eng das Hinspiel war, und dann haben wir halt Bielefeld zu Hause, Bielefeld, okay, fünfmal hintereinander nicht gewonnen, aber man sieht die Qualität von denen. Klar, die ersten drei Spiele haben es in sich, wir haben halt aus diesen ersten drei Spielen vier Punkte geholt, in der Hinrunde haben wir halt, äh, äh, war es für uns immer wichtig, halt nach dem Sieg gegen Bielefeld, halt einfach dran zu bleiben, Duisburg, ähm, auswärts, ein nicht so einfaches Spiel auswärts, man sieht, die haben jetzt zweimal ineinander gewonnen, halt drei Punkte zu holen, wir haben es halt, nicht unbedingt souverän, aber wir haben halt, äh, ähm, Führung, äh, geschossen, und dann haben wir richtig gut verteidigt, und das ist halt unser Fußball, und dann sind wir halt zu Hause gegen, gegen Essen, haben eigentlich ein ordentliches Spiel, ähm, 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 äh, ja, unglücklich gespielt, und, äh, äh, uns auskontern lassen, halt, für 2-0 und 3-0, und, ähm, solche Spiele laufen so. Ja, du sprichst es gerade an eben, das Duisburg-Spiel war ja so die Blaupause, wie wir eigentlich spielen, äh, zumindest auch fast die ganze Vorrunde gespielt haben, und irgendwie haben wir es, äh, jetzt gegen, ähm, Essen und, äh, Sandhausen, finde ich, verloren, weil spätestens beim Sandhausen-Spiel nach dem 3-0, hättest der, also wir, wir haben in unserem Chat immer so einen Witz, du kennst vielleicht Mourinho, äh, dieses Bild, wie er den Bus vor den, äh, vor's Tor parkt, da wollten wir eigentlich dein Gesicht auch schon mal rein, äh, machen. Wenn ich halt das machen könnte, hätte ich's gemacht, also, also, ich bin ganz ehrlich, ähm, weil, ich meine, du hättest ja reinschneiden können, so, jetzt alle vor's Tor, aber wir waren ja offen, also, war ja wie ein Scheunentor, sagt man. Fandest du? Also, ich fand, ähm, ich fand, nicht, also, ich fand, dass wir das erste Gegentor zu früh gekassiert haben, wir hätten es halt, ja, aber da waren ja auch alle weggestanden, also, also, niemand war da an seinem, an seinem Gegenspieler. Ja, also, das muss man dazu sagen, dass er halt, ähm, aus dem Halbfeld geflankt hat, dass wir halt natürlich den Flankengeber halt, etwas früher attackieren könnten, okay? Ja, das nehme ich an, aber halt der Laufweg von, von dem, äh, Torschützen und das, dass er, der Ball halt in langes Eck köpft, das macht er halt einmal, alle halt zehn Jahre, ähm, das ist ein schönes Tor, aber er gibt direkt, das müssen wir halt besser wegverteilen. Genau, der darf da gar nicht diese Flanken schlagen. Genau, wir kommen zum Eckball, Standestore, die fallen halt, Eckball geschenkt, ja. Okay, gut, also, aber, beim anderen finde ich, rutscht Kota rum, äh, hat, so ein bisschen, das war ein Foul, ähm, war es Foul? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, ne, aber er hadert da mit sich selbst, und, äh, das ist ja nicht nur Kota, das leckt mich bei Fußballern generell auf, dass die halt erstmal rumjammern, bevor sie den anderen umholzen und dann jammern, also, Also, ich bin ganz ehrlich, wir, wir sind, ähm, sehr glücklich mit unserer Mannschaft. Ne, ne, ganz klar, ich weiß schon, dass du ihnen jetzt nicht in die Pfanne haust. Dass die nicht, ähm, rumlamentieren, natürlich, es gibt immer Momente, wo ich halt auch mich, so, mit jemandem anlegen möchte, aber halt, ähm, die Jungs konzentrieren sich sehr auf Fußball, und, äh, manchmal zu wenig davon, dass man halt einfach, okay, ähm, es war, eine Phase, wo wir halt das 3-2, äh, kassiert haben, und dann, okay, diese schleckte Phase überstanden haben, und dann direkt vor der Halbzeit, wenn man halt reingeht mit einer Führung, dann können wir vielleicht anders handeln. Wir hatten halt vor, und das war halt, nach dem 3-2, wo wir halt überlegt haben, auf der Bank, halt jetzt vor der 1, äh, so umzustellen, und wir haben uns entschieden, dass wir das erst in der Halbzeit machen. Auch wenn Domme, nachdem er gefault worden ist, was nicht gepfiffen worden ist, ähm, schnell aufsteht, der Ball kommt schnell rein. Wir sind in Überzahl in eigenem Strafraum, wir können das halt besser wegverteidigen. Und das müssen wir besser wegverteidigen. Das haben wir mit der Mannschaft schon, äh, besprochen, wenn wir halt, ähm, sehen, dass der Gegner zum Flanken kommt, dass wir halt, ähm, wirklich, äh, Körperkontakt in der Box, und das sagen wir immer, halt, der Nürnberg ist Körperkontakt in der Box, dass der Boku, Nürnberg annehmen kann, und dann halt ins Tor, äh, schießen kann. Das müssen wir uns angreifen lassen, gar keine Frage. Ähm, und dann kommen wir raus, und finden wir gut und viel. Also, na, also, wir haben halt umgestellt, natürlich haben wir halt zwei Jungs, die halt die gelbe Karte gehabt, na, auch Lewis die gelbe Karte gehabt, müssen halt extrem aufpassen, weil der Schießrichter, nicht den sichersten Eindruck, ähm, ja, gemacht hatte, gerade mit den gelben Karten, so wie er die verteilt hatte. Und deswegen, ähm, waren wir als Vorsichtsmaßnahme, kurz umgestellt, ähm, und das hat erst funktioniert. Und dann kriegen wir halt das vierte Gegentor, und, ja, dann haben wir halt Situationen überstehen müssen, die wir nicht überstanden haben. Und, natürlich ist man sauer und enttäuscht, dass man halt sechs, drei verloren hatte. Ähm, aber, ich muss immer wieder halt zurückkommen zu dem, was, was uns stark gemacht hatte, dass wir Ruhe bewahren. In dieser Phase, wo wir zehnmal hintereinander halt gewonnen haben, hat keiner auf dem Zaun gestanden, äh, also, auch so nicht. Aber halt alles nichts schwarz machen, wenn wir halt, ähm, ein Spiel verlieren, verdient verlieren. Und wo wir halt wirklich offen waren, wo wir zu viele Gegentore bekommen, wo wir das Spiel vielleicht in manchen Stationen aus der Hand gegeben haben, gar keine Frage. Aber halt jetzt die Mannschaft durch den Dreck zu ziehen, das mache ich nicht. Nehm, ich würde es auch, also, eher die taktische Frage, warum es nicht geklappt hat, diesen, diesen Bus zu parken quasi. Also, hast du, also, hast du vielleicht auch, ähm, versucht in den zwei Spielen ein bisschen offensiver zu gehen, weil, weil die sich ja auch auskontern lassen, weil ich meine, Sandhausen und Essen versuchen ja auch mitzuspielen und, äh, andere Vereine versuchen gegen uns gar nicht mehr so mitzuspielen, da muss man ja Handball spielen. Und, vielleicht war ja auch deine Überlegung, versuchen wir ein bisschen offensiver zu spielen, damit wir die Konter selber fahren können. Ja, also, es gibt Momente im Spiel, wo wir halt nicht angreifen können, weil die Mannschaft halt sich einfach löst, ähm, besser löst. Natürlich hat das Spiel, beziehungsweise, das ist das, was ich gemeint hatte, das erste und zweite Gegentor zu, zu schnell passiert sind, dass wir halt keine Handlungsraum hatten oder Zeit zu handeln gehabt haben. Das 3-1 ist halt kurz nach dem 3-0 gefallen und das 3-2 ist kurz danach gefallen. Wäre besser gewesen, die hätten den Protest nach dem 3-1 gemacht. das liegt an euch. Nein, das liegt an euch. Das waren die Sondhausener. Ja, aber wieso habt ihr den Pell in den reingeworfen? Also, jetzt haben wir einen Schuldigen gefunden. Nein, ich gebe es mal weiter. Quatsch, 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 Quatsch. Es hat irgendwann anders gesagt, aber das fand ich auch lustig, aber daran hat es nicht gelegen. So ein Spiel ist bitter, gar keine Frage, aber für mich geht es halt in Zukunft zu blicken, dass wir halt im nächsten Spiel besser machen. Dortmund zum Beispiel steigt ja auch nie auf, weil sie immer gegen den Kleinen dann verlieren und gegen die Großen gewinnen. Jetzt haben wir die vermeintlich direkten Konkurrenten nicht ganz so gut geschlagen, aber es sind ja noch genug Spiele zu gehen, auch gegen Vereine, die man in unserer Situation vielleicht eher schlagen sollte, also zumindest von außen der Anspruch ist. Ich weiß nicht, von innen wirst du wahrscheinlich sagen, jeder in der dritten Liga ist hart und das stimmt ja auch, aber das ist es ja, also dass man dann wieder ins Flow kommt, wenn man mal Scheiße gefressen hat und es ist ja vielleicht auch irgendwie verständlich, weil in der Mannschaft, da sind ja auch viele Junge dabei, die müssen diese Erfahrung ja auch vielleicht mal machen, ist ja vielleicht auch ein bisschen, ja diese zehn Siege waren halt einfach vielleicht auch ein bisschen zu traumhaft. Jetzt ist es halt dritte Liga. Nein, es ist nicht zu traumhaft gewesen, das haben die Jungs halt sich hart erarbeitet, das dürfen wir nicht von denen halt wegnehmen. Das war halt eine Phase, wo es halt einfach besser gelaufen ist, vielleicht als wir gespielt haben, aber die Phase musst du mitnehmen und wir haben halt von Anfang an gesagt, dass diese gute Phase muss man halt einfach mitnehmen und halt so lang andauern lassen wie möglich und diese schlechte Phasen in der Saison, die jede Mannschaft hat, jede Mannschaft, nicht nur Dresden, Dresden, Ulm hat eine schlechte Phase am Anfang der Saison, Saarbrücken, guck mal die Mannschaften, Arminia Bielefeld, also da sind halt jede Mannschaft und diese schlechte Phasen einfach kurz zu halten und das ist, da arbeiten wir jetzt dran, diese kurze schlechte Phase wirklich halt kurz zu halten und das ist halt unser Job. Würdest du sagen, ja, dadurch, dass das Umfeld ja irgendwann mal bei 10 Punkten Vorsprung dann gesagt hat, also jetzt kann man gar nicht sagen, dass man nicht aufsteigen möchte, dass das nicht zuträglich war, weil so ein bisschen die Leichtigkeit verloren gegangen ist? Also ich finde nicht, dass unsere Leichtigkeit verloren gegangen ist. Ich finde, das letzte Spiel vielleicht ja, aber wir haben 3-0 geführt, da muss ja ein bisschen Leichtigkeit am Anfang des Spiels gewesen sein, aber halt. Nee, Andi Geipel hat die Stadt uns mal gut getreten. Super, oder? Ja, richtig gut. Also bitte beibehalten. Aber wir haben gute Standardschützen, also mit Andi, mit Ansi, mit Ja, aber allerdings manchmal Vogelwilde Varianten. Vogelwild? Ja gut, also wenn man 3 Standard-Tore schießt, das muss man halt den Trainer, beziehungsweise Ciauni und Andi halt recht geben. Die sehen und erkennen halt die vielleicht vermeintlichen Schwachstellen des Gegners und nutzen sie aus. Klar, sind ein paar Varianten, die wir halt probiert haben, die halt vielleicht nicht so optimal funktionieren, aber insgesamt sind wir eine sehr gute Standard-Mannschaft. Nicht nur halt offensiv, sondern auch defensiv. Wie oft wird das trainiert in der Woche? Einmal, zweimal? Ne, wir haben halt tatsächlich letzte Woche einmal halt trainiert, eher gegen den Ball, aber auch mit dem Ball, gerade wenn wir uns entscheiden, einen neuen Schutz rauszusuchen, wird man trainiert, aber halt die Jungs halt haben halt heute von Ciauni halt die Standard-Videos angeschaut und die wissen ganz nur, wo wir die Räume haben oder wo wir den Ball haben wollen, welche Räume überlaufen werden müssen, aber von daher, es kommt auch viel Eigeninitiative da. Ja, du bist ja, also jetzt gehen wir langsam dann in die Trivia, du hast ja gesagt, also in dem Gespräch mit Presse, also mit uns nebenbei, dass du ja auch gern Football schaust und das fand ich ja immer, wenn man sich diese Football-Dokus anschaust, diese Football-Spieler, die sind ja, also in der Hinsicht noch viel, viel professioneller anscheinend als Fußballspieler, also die sind halt sehr lange an ihrem Trainingscampus, die machen individuelle Videoschulungen, die machen nicht nur Videoschulungen, an einem Tag oder an zwei, sondern angeblich jeden Tag, vielleicht ist es in diesen Dokus auch überzeichnet, aber findest du auch, dass dieser Organisationsgrad beim Football nochmal einen Ticken krasser ist als beim Fußball? Football ist eine andere Sportart, die haben halt viele verschiedene Positionen, die halt ganz andere Voraussetzungen brauchen, also ein Wide Receiver hat eine ganz andere Voraussetzung, athletische Voraussetzung und körperliche Voraussetzungen als zum Beispiel ein Defense Vent und daher so viele Trainer und so viele Studien und es gibt auch immer diese Unterbrechung und diese Taktik in dem einen Spielform, wo sie halt früher erkennen können und deswegen gibt es halt diese Videoanalyse halt dazu. Beim Fußball versuchen wir halt das Videoanalyse halt etwas kürzer zu halten und zu finden Muster von Aue. Okay, wie machen sie das und das und das und bestimmte Spielformen und deswegen ist es eine ganz andere Sportart. Wir arbeiten jetzt nicht in der Bundesliga, in der Bundesliga haben halt sechs Co-Trainer und drei Videoanalysten und wir haben ein ganz kleines Trainerteam hier und versuchen halt das Beste daraus zu machen und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber halt das mit der NFL zu vergleichen ist schwierig. Mein Neffe spielt MLB, also ich bin auch riesen Baseball-Fan und der erzählt mir auch so ein bisschen aus seinem Leben, wenn ich zu Hause bin, dass natürlich hat ein Ernährungsberater, hat ein Hitting-Coach bei sich zu Hause, hat ein Krafttrainer bei sich zu Hause also engagiert in der Off-Season, wo die halt sehr professionell halt in der Off-Season sind, dass sie gut vorbereitet sind, weil es geht halt Schlag auf Schlag da. Die spielen 160 Mal im Jahr. Deswegen Sportarten zu vergleichen ist schwierig, natürlich versuche ich halt mal rauszupicken aus dem NFL. Man liest immer von den Trainern, die halt rüberfahren in der NFL, okay, was könnte ich halt da mitnehmen. Ich habe super an der Uni halt einen Football-Trainer gehabt, der sehr gut mit unserem Trainer befreundet war, der immer zu uns gekommen ist, hat einen Einblick gewinnen können aus einer anderen Sportart und halt manche Sachen einfach mitnehmen. was ich gerne mitnehme, mitnehmen würde und halt einfach darstellen würde, heißt, die Jungs sind hart im Nehmen, ne? Also, wie die trainieren teilweise und was die leisten, das ist unfassbar und da wird halt nicht immer drauf geschaut, okay, Belastungssteuerung und so, die sind schon hart im Nehmen und das halt vielleicht aus dem Sportart mitzunehmen. Vielleicht auch, weil es eher so eine individuelle Sportart ist und du stehst halt alleine da und schlägst diesen Ball. Egal, wie dein Team ist, deswegen musst du dich wahrscheinlich selber nochmal einen Ticken noch mehr pushen als bei einer Mannschaftssportart, weil bei der Mannschaftssportart ist ja wahrscheinlich eher besser, ich weiß, wie der Laufweg von meinem Mitspieler ist, ist ja erfolgreicher wahrscheinlich, als wenn ich an meinem Passspiel arbeite. Bei welcher Mannschaft spielt dein Neffe? Detroit Tigers. Die Name? Spencer Torkoson. Okay, dann wissen wir ja, wen wir... Der war schon mal hier, der war halt beim Lübeck-Spiel, der hat in seinen Off-Season, in seinen Off-Season läuft im Winter, die haben halt jetzt am Montag angefangen. Da soll sich mal bei den Buchbinder Legionäre verteilen. Der war schon da, wir waren schon da und haben das Stadion angeschaut, also... Heißen jetzt Guckenberger, glaube ich. Entschuldigung, nicht, dass ich eine falsche Sponsor nenne. Naja, es war, also er hat es halt hier sehr genossen, die Stadt fand er halt richtig klasse. Also von daher, ja. War die Frage auch, also ich weiß ja die Antwort, aber die hören er noch nicht. Warst du schon beim Football oder beim Eishockey noch? Beim Football, also ich habe da ein Football-Spiel gesehen, da am Weinweg, da war ein Football-Spiel und da habe ich halt zugeguckt von außen, sehr interessant, aber es war sehr einseitig und Baseball habe ich ein Spiel geschaut und Eishockey habe ich noch nicht geschaut, leider. Aber die Jungs fahren immer hin, also ich bin ein riesen Eishockey-Fan auch und ich werde auf jeden Fall, ich verfolge halt die Ergebnisse und ich bin sehr stolz, dass sie halt jetzt sehr erfolgreich sind und ja. ist gut. Und hoffentlich, dass einfach beide aufsteigen. Also ich, so wie ich es halt verstanden habe, werden sie nicht aufsteigen, weil sie die Lizenzen noch nicht beantragt haben, trotzdem spielen sie sehr erfolgreich und ich verfolge das auch. Sie haben richtig gut Amerikaner da auch. Ja stimmt, aber du bist generell auch Eishockey-Fan. Also ich komme aus Kalifornien, aber ich verfolge Eishockey schon. Alle Sportarten verfolge ich. Golf, also ich bin, meine Frau sagt, um Gottes Willen, aber also ich verfolge alle Sportarten. Basketball, Baseball, Football, Eishockey, also alle. Bei uns im Chat war auf jeden Fall Football-Fragen am beliebtesten. Du hast erzählt, Oakland Riders bist du Fan gewesen, die sind jetzt nach Los Angeles gezogen. Los Angeles gezogen, zurück nach Oakland und dann jetzt Las Vegas. Also es ist echt als Kind, als Fan enttäuscht, aber halt, die haben Trainingcamp, damals gehabt, als sie in Oakland waren. Es war 20 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Deswegen sind wir im Sommer immer hingefahren zum Preseason. Es war einer meiner Highlights. Wie stehst du zu dem Umzug? Schwierig. Also sehr viele Fans verloren dadurch, dass man halt umgezogen ist. Man hat Verständnis dafür, weil es ein Geschäft ist, dass man halt nach Los Angeles zieht, weil es halt ein größerer Markt, ein Fernsehmarkt ist. aber letztendlich als Fan, als Kind, der auch gerne ins Stadion fährt, ist schade. Natürlich sind halt mehrere Mannschaften dort, selbst ist es gefordert. sie spielen auch nur zwei Stunden entfernt von Mainz zu Hause, aber es ist als Fan von der Mannschaft schon schade. Also ich bin auch Oakland A's Fan gewesen, bevor mein Neffe zu Detroit gegangen ist und die werden jetzt auch umziehen und das ist halt einfach, du verlierst halt ein kleines Stück von deinem Kindheit. Schade. Findest du dann eher dieses Vereinswesen in Deutschland sympathischer? Ja, definitiv. Also es geht, wobei ich halt den Sport da liebe und ich gehe gerne hin ins Stadion, das ist sehr kommerziell, aber halt dieser Anhang in Regensburg, also das durch Zweite Liga, Dritte Liga, auch Vierte Liga, auch unten halt trotzdem immer supportet und es bleibt immer da und das ist halt schon was, was mir sehr gut gefällt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir erwarten einige Punkte aus den nächsten Spielen. Ich auch. Gebe es weiter. Danke, ich habe mich auch sehr gefreut, hier gewesen zu sein und ja, wir werden alles dafür tun. Sehr gut. Alles klar. Tschüss. Wem die Folge gefallen hat und zufällig ein bisschen Geld übrig hat, kann den 1889FM Podcast hauptsächlich meine zusätzliche Arbeit wie schneiden, Veröffentlichungen und so weiter und finanziell unterstützen. Es gab auch schon wieder viele Unterstützer die letzten Wochen, ich habe sie noch nicht rausgesucht, immer noch nicht, tut mir leid. Ich glaube, ich schaffe es auch zur nächsten Folge nicht. Wer jetzt den Grund hören möchte, dranbleiben, wer kein Robert Gejammer hören möchte, jetzt ausschalten. Und zwar ist der ganze Server zusammengebracht und darauf lief nicht nur 1889FM, sondern auch meine anderen Webseiten und Turmfunk. Ich habe es teilweise immer noch nicht hinbekommen, ich weiß gar nicht, wann ich die Folge jetzt dann veröffentliche, weil ich schneide sie gerade, während ich den Server gerade noch repariere beziehungsweise umziehe auf einen richtigen Webspace, damit eben sowas zukünftig nicht mehr passiert, bloß weil ich meinen Server update. Aber das war am Samstag zum Beispiel auch kurz vor knapp. Ich habe Freitag um 23 Uhr angefangen, habe die ganze Nacht durchgemacht damit und am Samstag 13 Uhr stand dann auch der Turmfunk-Server wieder, also es ist echt zum Kotzen, es hätte nicht sein müssen, aber es ist nun mal passiert und es gibt eine Sicherung, aber irgendwie spinnt der Server immer noch, deswegen ziehe ich jetzt auf so einen Webspace, zahle lieber die 6 Euro im Monat bevor ich da rumdödel. Deswegen lange Geschichte, kurzer Sinn, habe ich noch nicht rausgesucht, wer gespendet hat. Die üblichen Verdächtigen waren dabei, fettes, fettes, Merci dazu. Ich habe mir dieses Jahr ein bisschen was anderes überlegt, letztes Jahr gab es ja das Trikot zu gewinnen und dieses Jahr, ich werde es dann noch hoffentlich auf die neue, beziehungsweise auf die umgezogene Webseite schreiben. Ich habe es 1889 auf einem Sticker gekauft, die sind jetzt nicht recht spektakulär, ich wollte es einfach mal austesten, habe doch überhaupt gar keine Erfahrung mit Stickerqualität, Preis und solche Geschichten, aber alle, die mindestens 5 Euro spenden und ihre Adresse in den Überweisungsbetreff schicken, schreiben, die bekommen ein kleines Stickerpaket, es sind nicht viel, 5 oder 10 Stück, ich muss mal schauen, wie viel in einen 85 Cent Brief reinpasst, aber zumindest was Kleines, wenn ihr Bock habt. Ich hätte auch noch so Visitenkarten zum Auslegen, falls irgendjemand eine Stammkneipe oder sonst was hat, wo man solche Werbevisitenkarten für 1889 FM auslegen kann, gerne mir schreiben über die Kanäle, Instagram, E-Mail oder was weiß ich, dann kann ich da auch ein bisschen mehr schicken und ja, dann können wir vielleicht auch die Audien ein bisschen erhöhen. Ich bin zwar zufrieden mit den Zuhörerzahlen, aber mehr geht immer, vor allem bei so Folgen wie Joe wäre es ja schon schön, wenn es noch den inneren Zirkel so ein bisschen verlässt und vielleicht auch den gemeinen Jahren Interessierten auch erreicht. Ja, das war es von mir und ja genau, die Steady-Abonnenten müsste ich glaube ich die Adresse, die Rechnungsadresse haben, da würde ich es einfach automatisch hinschicken und alle dies per Paypal oder per zukünftig per Überweisungsspenden einfach die Adresse von euch angeben. Ich werde damit keinen Schindluder treiben und dann schicke ich immer mal wieder was raus. Ich hoffe, das ist so eine Kleinigkeit, die Spaß macht und den Podcast bewirbt es ja auch. Tschö mit dir jetzt! Allee, 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 Allee